ich grüße euch herzlich willkommen heute mit einem neuen kampagnen guide und zwar zu quick kopfjäger der hier vor mir steht jetzt ein armee in diesem kampagnen guide habe ich jetzt viele verschiedene themen vorbereitet die wir alle nacheinander durchgehen wir beginnen mit dem start und dem verlauf meiner territorialen kampagne ich zeige euch wie meine kampagne gelaufen ist dann geht es weiter mit den siegbedingungen fraktionseffekte klima gebäudebauer erlasse der legendäre lord selbst mit der dazugehörigen quest schlacht die stärken der armeen die technologien die mechaniken und wenn wir noch irgendwie was sonstiges einfällt dann sage ich das auch noch wir beginnen mit dem start und den beginn meiner territorialen kampagne der staat ist beim nibelberg und die habe gleich zu ja gleich zu beginn habt ihr ein unterstatt gebäude in karg 8 gipfel da könnt ihr verschiedenes ausbauen also eigentlich alles mögliche und ihr habt einen debuff hier oben aber der debuff der ist minus zwei öffentliche ordnung beziehungsweise kontrolle für eure siedlungen allerdings wenn ihr es erobert dann habt ihr um diesen buff hat den bekommt ihr dann wenn karg 8 gipfel endlich erobert ist denn darum dreht sich ja diese ganze kampagne um karg 8 gipfel weil krieg kopfiger skarsnake und nach wie war der dritte der teilnahmen billige eisenhammer genauer die drei kämpfen um karg 8 gipfel und darum geht es ihr halt eben auch in dieser kampagne zu beginn haben krieg mit einigen grünen ist also einige grün heute mit denen hat man dann viel ärger und mit dem skarboend mit dem kann man sich gut stellen weil er gehört ja ebenfalls zum chaos man kann sie eigentlich auch gut stellen mit malagor allerdings gibt es oft ärger zwischen malagor und skarboend da müsst ihr dann mal sehen welche strategie macht und ansonsten kann man sich hier oben durch die grünen heute und durch karga so kloppen und dann kann man karg 8 gipfel eigentlich ganz easy erobern das problem wenn man karg 8 gipfel hat das eigentlich dass man ziemlich umzingelt ist und ich war natürlich auch noch so verrückt und habe mir die kampagne noch mal ein bisschen schwerer gemacht ich habe nämlich die grüne heute und die zwerge noch zusätzlich hinzugefügt als endgame szenario auf max 200 ja und so hat sich dann diese kam an je lange zeit eigentlich gar nicht weiter entwickeln können weil ich hatte hier links den wurzsack gut hier oben karte das habe ich erobert bekommen ich habe den tor grimm eigentlich fast weg bekommen gehabt und danach wurde allerdings noch rechtzeitig vom slayer könig und kreisen faust konföderiert also so bin ich den leider doch nicht losgeworden und danach kann man noch im richtigen an der hat dann auch noch ärger gemacht dann später mit dem endgame szenario kam der krimgock eisenpelz hier immer wieder runter der hat auch ärger gemacht und was mich dann eben halt immer wieder aufgehalten hatte das waren dann die zwerge klaren angrund und hererkannte rennen die sind immer wieder hier runter gekommen durch den nachtfeuerpass und haben hier krasse charakter dann später soweit leider wieder zurückgehobert gehabt und um den düsterberg gab es auch zig tausende von schlachten also das war der absolute wahnsinn ja irgendwann habe ich gemerkt es geht so nicht weiter ich habe ständig krieg an allen fronten und das einzig gute was man in dieser situation machen kann ist eigentlich in dem man sich erstmal auf einen konzentriert allerdings dagegen krimgock eisenpilz bringt das nichts weil er einfach viel zu weit verteilt war hier und viel zu weit weg da kann man nur verteidigen bin ein paar mähen und den bisschen versuchen hinzuhalten aber ich habe dann eigentlich im großen ganzen habe ich dann erstmal ein nach dem anderen ausgeschaltet ich habe vorzeit erst mal ausgeschaltet ich habe hier im bricht erst mal ausgeschaltet dann waren hier noch irgendwelche auger mit k3 hatte ich dann auch krieg hat dann aber später wieder mit den frieden schließen können ach sie ja genau richtig und ich hatte ich bin total ich habe ja noch die anderen skaten die hatte ich ja auch noch als endgames szenario drin ja das heißt alle anderen skaten die waren auch noch gegen mich also klaren victus ja den habe ich dann auch ausgeschaltet den rett musste mir dann irgendwie kasse krank zurückerobern und hab dann die ja irgendwann kam ich dann wieder nicht weiter ja also ich habe dann versucht mir auf die zwäge zu konzentrieren und park war ja auch wieder gekommen durch das zwägen endgames szenario und also den muss sich dann auch erst mal ausschalten hatte ich dann auch geschafft und dann hatte ich die wahl entweder kümmerst du dich jetzt um plan an grund den gehörte das hier alles oder du kümmerst dich und ins leerkönig und kage drin und er hatte hier oben alles ich habe mich dann für eine zwei varianten lösung entschieden und zwar habe ich mit den unterstädten die es geben beschworen also es gibt bei den unterstädten ein dass sie irgendwo mal zeigen was ich meine mit den unterstädten glaube ich habe gerade keine unterstädten müsste ich jetzt nicht wo ich eine unterstadt habe auf jeden fall gibt es bei den skaten ein unterstädt gebäude das nennt sich rattenkönig und wenn man den dann ausbaut dann kann man eine skaten armee bekommen und mit diesen skaten armee habe ich dann hier oben den ungrem eisenfaust abgelenkt hatte ich bestimmt die drei oder vier stück diese unterstädte die muss man natürlich erst mal erschaffen mit den warlock technikern und damit gelang dass mir den ungrem eisenfaust größtenteils hinzuhalten und dann konnte ich mich hier um billiger eisenhammer kümmern hat er immer noch gar gefühl zurück haben wollte und und den rest von wurzak und dann habe ich dann ausgeschaltet und dann später habe ich mich dann hier um karkat angekümmert und dann bin ich so groß geworden wie ihr jetzt der jetzige zustand gut ja der dodo der hat mir später auch noch den krieg erklärt sind wir noch klein an grund hatte loren der wald und dann hatte ich den langen sieg abgeschlossen und jetzt habe ich gesagt okay ist gut jetzt weil der rest wäre jetzt auch nicht mehr so spannend ja ich bin doch ziemlich stark geworden jetzt und jetzt ist mal gut jetzt haben wir die lang sie abgeschlossen ich habe hier und schafft bekommen jetzt ist gut so die zielvorgaben da haben wir in kurzer kampagne haben wir hier die aufständischen gibt es halbmonde ausschalten den skars nicht ausschalten und den billiger eisenhammer ausschalten muss kraft gipfel kontrolliert sein und 30 siedlungen dann bekommt man die rangenbarketierung plus 3 für alle armeen und dann hier den sieg in der langen kampagne da brauchte die kurzen siegbedingungen um 70 siedlungen und hier von sieben stück insgesamt ich wollte eigentlich auch noch nach dieser erobern bin ich allerdings nie zugekommen war aber auch nicht mehr notwendig weil ich hatte hier von den anderen insgesamt hatte ich sieben stück und dann bekommt man das hier globale kapazität plus zwei naja vorher schafft es wieder 272 ultimativer es wäre das hier dann bekommt man ja nur wenn man die endgames szenarien an macht so dann die fraktions effekte die kann ich euch auch mal zeigen und zwar helden kapazität plus zwei für häuptlinge wir haben mehr häuptlinge als die ansonsten geben klaren wir haben unterhalten das 25 verstorben ratten und klan ratten dann was gut ist bei klan muss es kann wo jeder schlag bis zu plus fünf zusätzliche stufen von die gefahr aus der tiefe laufen und nahrungskosten minus 33 prozent für zusätzliche nutzung von gefahr aus der tiefe und diese ganzen sind diese klaren ratten die aus dem boden spawnen in einer schlacht wir sind immer wieder nützlich um den gegner abzulenken oder um die artillerie oder die schützen auszuschalten und somit ist der gegner dann häufig abgelenkt und die können die dann selber unter beschuss nehmen das klappt sehr gut auch bei den zwergen und der krieg da zeige ich auch noch die effekte hätte bei mir übrigens lange die klänge des gain weil damit ein zweck mal ankam ziemlich lustige geschichte der führerschaft minus 20 für gegnerische kommandanten und zugefügte helden lokal langkampf angriff plus 10 beim kampf gegen zweig und grün heute waffenstärke plus 10 prozent beim kampf gegen zweig und grün heute und armefähigkeit einsätze plus zwei gefahr aus der tiefe also ihr merkt schon klamour ist es ein kriegerklan genau wie klan rictus mal klan rictus bekommt ja auch wo die für die sturm ratten allerdings andere boni hast du ja um den nebelberg habt ihr übrigens gleich von anfang an das quartier vom klamour ist da könnt ihr dann auch noch mal den helden freischalten als noch mal häuptling mir kommt noch mal nahrung einkommen wachstum rekrutierungskosten minus 30 prozent für skarvensklaven und klan ratten armeenregionen und rang marktierung plus 1 für klan ratten und steckern die so bereits sturm ratten und klan ratten nach mehr mögliche ausbildung von klan ratten so dann die klimazon nachher die zeige ich euch natürlich auch noch da haben wir passend ödland berg gemäßigt savanne wüste und dschungel ungenehm oder unangenehm ich bin gerade drauf gestanden arktisch und chaotisches ödland unbewohnbar haben wir magischer wald ozean und gemäßigte insel dann der gebäude ich persönlich habe das immer so gemacht dass ich bei den einkommensprovinzen habe ich denn das hier alles gebaut ja diese ganzen gebäude und bei den militärprovinzen habe ich dann hier diesen komplexe gebaut die einkommensprovinzen die sind sehr gut gerade mit diesem reaktor oder auch generatoren und die sind doch gar nicht so teuer in diese ganzen einkommensgebäude sind eigentlich alle sogar ziemlich billig hier 275 550 was ist das teuerste hier 1100 wenn hier die glocke die brauchte für die kontrolle gut dies ein bisschen teurer aber ansonsten die anderen gebäude die sind ja alle ziemlich günstig diese kleinen einkommensgebäude hier und mit den generatoren habt ihr dann eben einkommen aus alle gebäuden plus 30 prozent ja das geht dann hier glaube ich sogar später noch höher ja hier geht es auf 40 und da geht es sogar noch auf 50 plus geben kurzen plus 1 und generierte nahrung auch noch mal 1 die erlasse dann hier einmal expansionsplanung da kriegt ihr wachstum plus 20 und baukosten minus 10 prozent auf alle gebäude bei der kriegerischen planung ja die ist ganz klar zur ausbildung gedacht den die ausbeuterische planung da bekommt ihr option und nahrung ja ganz wichtig wenn ihr immer zu wenig nahrung habt dann müssen die erlasse ändern und dann gibt es noch effiziente planung plus drei kontrolle und korruption minus zwei das habe ich bei mir allerdings fast überall drin weil ich lange zeit die klinge des kane hatte die macht ja mal los von minus 8 auf die kontrolle deswegen habe ich den fast überall drin der legendäre lord selbst krieg krieger zwei super gegenstände und zwar teilweise den zwergen töter und der ist sehr gut gegen zwerge und dann doch die fähigkeit zwergen töter in dem bekommt ihr allerdings erst auf rang 12 und auf rang 7 bekommt ihr schon seine rüstung die beiden quest lachen hierzu die sind nicht so schwierig die mit der rüstung war die unterirdische gegen anderes geben und der zwergen töter der war glaube ich ging zwerge auch unterirdisch ja doch der war gegen zwerge das ist ein hinterhalt aber der ist jetzt auch nicht so schwierig nichtsdestotrotz sturmratten braucht ihr auf jeden fall eine menge stromraten und fernkampf ach so ich bin noch gar nicht fertig wieder raus dann genau die skills er hat hier oben wurmstein waffe sehr cool übrigens dass er auch magische angriffe hat so kann er sich sehr gut zur wehr setzen gegen diese zwergen gespenster agenden die kriegte damit gut klein extrem ist misstrauen helden selbstverteidigung kurz 15 prozent führerschaft plus 8 realität minus 1 für neue rekruten fraktionsweit dann hat er vernichten und abschlachten da kann ja noch mal führerschaft plus 8 und passive fähigkeit raserei dann exempel statuieren loyalität plus 2 für rekruten der kriegsherren fraktionsweit deswegen habe ich übrigens auch fast nur als kommandanten kriegsherren genommen war ja genau und hier ist der debuff auch für die grauen propheten ja ich wusste während der kampagne nicht und das geht jetzt weiß ich wieder wo es steht ja also die grauen propheten da müsst ihr auffassen die sind leider nicht ganz so loyal mit klamour es hat was mit der lore zu tun da gab es man verrat ziemlich unangenehme sache dann das leben ist billig plus verstärkungsrate plus acht prozent unterhalb minus zehn prozent für kleinraten rammer kriterien plus vier für skarven sklaven und kleinraten und rüstung das sehen für skarven sklaven und klamaten ja das ist am anfang sehr nützlich würde ich als erstes nehmen hier oben von den ganzen speziellen skills allerdings brauche das später nicht mehr weil später der geducksturm hatten dabei also das ist eigentlich ziemlich sinnlos und da finde ich hätte man hier die sturm hatten dann auch noch mal später mit einbeziehen können also wenigstens beim zweiten punkt ja weil später im weiteren spielverlauf hast du eben halt mit krieg keine kleinraten mehr dabei ja so hier gibt es dann wiederum den wach für die sturm ratten übrigens empfehle ich euch auch die ratswache also das besondere sturmratenregiment immer wieder für quick aufzubewahren das ist bei ihm doch deutlich besser wegen seiner was und hier gewaltsamer macht aufstieg da haben wir dann kontrolle plus zwei erfolgschancen der heldenaktion plus zwölf prozent für die gegnerischen helden minus zwanzig prozent erfolgschance der hinterhalt plus 25 sage ich später auch noch mal was dazu und wurden halt zeit minus eins das heißt er kommt eine runde früher wieder bei den nahkampf skills ganz wichtig rattenmut damit er sich auch immer wieder befreien kann das ist so eine explosion um ihn herum das können aber auch die räublinge die können das auch lernen und auch ebenfalls wichtig trophäensammler er ist ein sehr guter duelland gegen andere helden und lords und gerade damit kann er die dann auch die waffen ja das ist eine fähigkeit die geht nur gegen helden und kommandanten also die würde ich für ihn schon auf jeden fall mit reinnehmen dann bei den roten skills habe ich natürlich die sturmratten mit gebufft ich habe aber auch den fernkampf natürlich mit gebufft weil ohne fernkampf macht ja zu wenig schaden das habe ich dann hier später auch noch mal weiter fortgeführt und ja dann hatte ich ihn hier noch chance auf die psalde eines manchen gegenstands nach der schlacht plus 15 prozent gegeben und einkommen aus beute nach der schlacht ebenfalls sondern plus 30 prozent man kann ihm aber natürlich auch gerne quartiermeister geben dann hat er unterhalb minus 9 prozent auf alle einheiten also er seine armee und hier vorsichtig kann man ihm auch ruhig geben auch stufe drei dann habt ihr chance auf abweh eines enthalts plus 30 prozent und erfolgschance der aktion der aktion des freundlichen helden minus 15 prozent kann man eben als auch gerne machen und hier oben uhr hier unten besser gesagt uralte list erfolgschance auf hinterhalt muss 30 prozent zum hinterhalt sage ich gleich noch was ich sage dass wir jetzt was weil wir sind jetzt bei dem punkt stärken der armeen angelangt die stärken der armee das ist auf jeden fall auch der hinterhalt wenn ihr jetzt hier eine armee habt und die armee vom gegner dies etwas weiter weg die ist gerade so weit weg dass jeder gerade angreifen könnt dann habt ihr leider nur eine chance auf hinterhalt also der standardangriff kann ich zeigen brauchen eine andere armee bist du noch ein land ja aber der standardangriff die es geben der ist ja mit hinterhalt ich weiß gar nicht warum er jetzt erfolgschance für in zeit minus 15 prozent steht aber ich glaube das steht da immer weil es ja nicht 100 prozent sein darf ja das steht da immer okay der standardangriff mit dem geben ist mit hinterhalt und je nach reichweite wie weit die gegnerische armee entfernt ist könnt ihr das eben halt dann weniger versuchen ja das heißt wenn der gegner nah an euch dran steht und er hat euch irgendwie nicht entdeckt weil ihr irgendwie im hinterhalt standet oder so dann könnt ihr natürlich öfter versuchen den gegner mit einem hinterhalt anzugreifen ja so hat dagegen dann auch keine verstärkung dabei falls da eine andere in der nähe steht und das ergebnis für die automatische schlacht berechnung das ist deutlich mehr für euch also umso näher gegner dran steht umso mehr besuche habt ihr den gegner mit hinterhalt anzugreifen dann müsst ihr dann einfach auch auf eure bewegungsreichweite achten weil wie gesagt wenn der gegner natürlich weit weg steht dann verbraucht ihr mehr bewegungsreichweite und dann wenn die natürlich nur ein oder zweimal oder je nachdem wie weit der gegner entfernt ist auf jeden fall weniger versuchen mit hinterhalt anzugreifen ja also immer schön versuchen mit hinterhalt anzugreifen umso näher der gegner an euch dran ist umso besser klappt allerdings nicht ganz so gut wenn der gegner in der lagerstellung ist weil da hat er nämlich chance auf abwehr auf hinterhalt plus 75 prozent das ist sehr viel ihr könnt es trotzdem versuchen gerade wenn der gegner an euch nicht dran steht mit einer armee wenn es trotzdem versuchen den gegner im hinterhalt anzugreifen aber wie gesagt es ist eben eine geringe chance weil ihr habt dann eben halt 75 prozent weniger chance auf hinterhalt angriff wenn der gegner übrigens im tunnel ist oder in den weltwurzeln dann klappt es auch noch mal weniger da war es dann soweit ich das erinnerung habe minus 25 prozent also am besten ist immer wenn der gegner dann vor euch steht in einer normalen stellung oder im gewaltmarsch oder in was weiß ich jetzt kanalisieren aber lager und tunnel ist immer ein bisschen schwierig den gegnern dort im hinterhalt zu erwischen sollte aber priorität haben weil dadurch hat er natürlich auch eine menge weniger verluste und die schlacht ist dann noch deutlich einfacher so ja die stärken der armee da sind wir immer noch und das ist eigentlich ganz gut eine ganz gute armee um euch so die stärke von klamors zu zeigen ich habe jetzt hier so ein paar schleicheinheiten habe ich drin jede menge fernkampf habe ich drin ja und dann noch überhaupt jetzt kanonen todesräder für die front und um den gegner einfach zu überrollen und natürlich auch ganz wichtig immer wieder ein mitnehmen die auch zaubern kann ja magie support empfehle ich immer wieder für jede armee aber ihr habt natürlich auch mehr zugriff hier bei klamors auf häuptlinge die sind auch ebenfalls sehr empfehlenswert gerade am anfang wenn ihr dann erstmal nur clanratten habt sind die häuptlinge wirklich schon sehr sinnvoll und hier ansonsten ist das hier eigentlich eine klassische klamors armee wie man sie als spielt ihr seht ihr ich habe jede menge im monster na gut jede menge monster ist jetzt nicht so richtig das sind zwei aber ich habe hier noch ein paar todesläufe dabei und ich habe natürlich jede menge fernkampf da war ja wohl blitzkanonen und todeswindkugelgrenadiere in einigen armeen habe ich sogar auch mehr fernkampf dabei habe hier bei krieg war das sogar noch mehr erhebe ich die mörser dabei und redlinger mal so viel fernkampf ist dass sie auch gar nicht opflammenwerfer gerade am anfang sind die sehr gut kann man immer wieder mal mitnehmen und damit euer fernkampf eben nicht überrollt wird denkt bitte auch daran dass hier dann eine stabile front haben müsste um den gegner hinzuhalten und dafür eignen sich die sturm ratten bei klamors perfekt ja also am anfang tun ist die kleine hatten auch man hatte dann jetzt sowieso noch keinen zugriff auf die rom ratten aber nichtsdestotrotz ich empfehle euch dennoch auch ein bisschen anderen kram mitzunehmen wie zum beispiel monströse einheiten oder jeden fernkampf weil das sind eure damage dealer hierher fernkampf mit den monströsen einheiten könnt ebenfalls die front halten aber was auf jeden fall den größten schaden macht das sind eure fernkampfeinheiten ja sowas wie hier die giffen mörser oder redling kanon war blitz kanon todeswindkugelgrenadiere also dieser ganze fernkampf kram und deswegen habe ich hier auch wenn wir das hier auch gemacht na deswegen habe ich hier auch explosions meister noch immer mit dazu es gilt ja damit die einfach mehr schaden machen auch die jessels hier denn sehr sehr stark gerade wenn du davon drei stücke mit hast dann kannst du schnell mal so ein kommandanten ausschalten und die haben auch wirklich eine sehr hohe reichweite und eine sehr gute durchschlagskraft und worauf haben wir für tun ist auch ebenfalls noch und hier finden besser muss ich glaube ich nicht zu sagen ja und die artillerieinheiten die sind auch sehr gut also es gibt auch noch einen anderen vorteil von klamass und zwar seht ihr hier dass man mit klamass die sturm ratten schneller ausbilden kann ja die brauchen bei euch nur eine runde mit anderen clans außer klan rick das und klamass braucht ihr zwei runden ja außer ja wie gesagt mit der klan rick das und klamass braucht ihr für die sturm ratten nur eine runde das ist ein großer vorteil wie gesagt das können die anderen skaten klans nicht weil klan rick das und klamass das sind eben klans und die können eben halt lokal zumindest stellen die sturm ratten bekommen allerdings global muss ich sagen da und die trotzdem vier runden das finde ich ein bisschen schade aber da kann man nichts machen ach so ja und einmal wo bohrer in der armee ist nie verkehrt gerade wenn ihr belagert sind gerade in belagerungen sehr gut aber auch sonst können die den gegner natürlich sehr gut hinhalten wie so ein paar großen läufer sind auch okay im grunboten halten den gegner auch ebenfalls sehr gut auf hat nur gehen auch noch die wolfsratten sind eigentlich auch gut um die gegnerische artillerie zu nehmen allerdings habt ihr mit klamass sehr viel zugriff auf gefahr auf der tiefe in der schlacht und mit gefahr aus der tiefe könnt ihr mal sehr gut die gegnerischen schützen und die gegnerische artillerie ausschalten weil dadurch spawne eure klan rasten aus dem boden so dann die technologien ja die muss man leider freischalten mit den gebäuden damit dem aufpassen dass ihr die rechtzeitig auch freischaltet habe ich eigentlich schon alles erforscht ich bin bei klamass erstmal hier oben hingegangen ich habe erstmal hier das hier alles erforscht für die ganzen klan ratten für die skarven sklaven und für die nahrung und dann nachher gab es denn noch irgendwo was für wo haben wir zum beispiel riesige vorräte hier ist er so der ganze technik kram aber hier unten gibt es noch boni für sturm ratten hier für absolute loyalität sichern da kommt ihr allerdings nur hin wenn ihr diesen ganzen erst das team kram vorher erforscht da wurden die vier assassinen helden die übrigens auch immer wieder gut sind als agendien dass das ihnen aber auch in schlachten sind die auch sehr gut naja also um hier später die besseren sturm ratten zu bekommen müsst ihr irgendwann hier diesen ganzen assassin kram erforschen damit ihr eben halt hier später an die besseren sturm ratten kommt war hier nicht auch noch irgendwas mit sturm ratten aber am anfang habt ihr ja keine sturm ratten deswegen bin ich am anfang hier oben erstmal den ganzen kram gegangen mit den ganzen klaren ratten mit den skarven sklaven am anfang habt ihr eben fast noch masse da hat man dann auch noch nicht so viel fernkampf vielleicht ein paar warplan mehr verfahren war schatten naja gut dann die mechaniken haben wir oben diese nahrungsmechanik ich muss sagen konnte ich getrost ignorieren mit klamot ich hatte da nie irgendwelche probleme ich konnte sogar kasse kirk auf stufe 5 erobern weil ich einfach genug nahrung hatte ja also je nachdem wie viel nahrung ihr habt könnt ihr dann auch städte auf einer höheren stufe erobern aber wie gesagt ich hatte hier mit klamot nie nahrungsprobleme ja also ich habe das auch nie übertrieben anders denn tote wo waren wir zwei damals hatte ich dann doch große nahrungsprobleme muss ich sagen aber jetzt im dritten teil war das absolut nicht der fall und ja mein rad an euch seid einfach ein bisschen vorsichtig nicht zu gierig kolonisiert nicht zu viel auf den hohen stufen dann sollte das eigentlich auch passen dann haben wir oben den bach für kirk 8 gipfel den habe ich am anfang schon gezeigt kirk 8 gipfel sehr wichtig für euch dass ihr das haltet dann haben wir die scale kooption da kann man sich das dann angucken was das hier bringt und wie viele gefahr aus der tiefe jetzt zusätzlich bekommt gibt es hier eigentlich auch noch mal so eine statistik hier sieht man das auch noch mal die korruption bringt in diesem fall jetzt kontrolle minus fünf verschleiß minus 30 prozent unter belagerung einkommen aus allen gebäuden das sehen und alle anderen korruptions arten minus fünf nach so sieht das eben halt aus bei es geben kooption 100 dann haben wir die loyalität mechanik die ist allerdings kein problem wenn ihr größtenteils bei kriegsherren bleibt hin und wieder habe ich auch mal ein warlock techniker genommen oder einen assassin aber größtenteils bin ich bei den kriegsherren geblieben so schlecht sind die gar nicht die haben auch ein paar gute skills die haben zum beispiel hier auch als reitier eine brutschrecke und eine brutschrecke hat regeneration das heißt der kommandante regeneriert sich dadurch auch im kampf war gar nicht so schlecht dann hat er auch noch rattenmut dass diese explosion um ihn herum ihn befreien kann gut hier die drei skills die sind nicht so gut da haben wir hier räuberische expansion mehr wachstum es geben kooption und einkommen aus hauptsiedlungsgebäude ketten plus 4 dann das hier das ist ja gut für hinterhalter und für agentenaktion ok das kann man auch mal nehmen aber das leben ist billig das finde ich jetzt nicht so dolle das ist einfach falls ihr mal sklavenarmeen machen wollt naja kann man mal machen aber die blauen skills finde ich sind sehr gut bei den skaten wir eine uralte list also stufe 3 mehr in erfolgschankens für hinterhalt plus 30 macht uns kosten minus 15 plünderer ist jetzt auch nicht so dolle der pflicht da macht einfach mehr korruption aber hier hätten die zweiten die zweite reihe von dem blauen skills die ist doch ziemlich nützlich damit hier blitzschlag ja falls wie ich das bei mir mal hatte in einigen situationen zwei armeen stehen in der lagerstellung dann kann man notfalls immer noch den blitzschlag machen quartier meister finde ich auch sehr gut unterhalb minus neun prozent dann gleich mehr geld für euch vorsichtig finde ich auch sehr gut und mir alles mir da bekommt ihr mir geld nach den schlachten also die emilierten wirklich ein paar schöne blaue skills und bekannten gefürchtet ist ja auch immer wieder sehr brauchbar und bei den roten habt ihr hierhin steh oder stirb das macht mehr führerschaft und mehr nahkamper pferd in einem bereich von 35 meter also so schlecht sind die nicht und wenn die dann noch magie support dabei haben dann ist das soweit schon ganz in ordnung und natürlich wird man immer wieder schönen hinterhalt angreift allerdings muss ich sagen auf dem schwierigkeitsgrad sehr schwer und legendär dabei ist die kai schon ja ok ich gehe mal lieber in lagerstellung da ist sie ein bisschen vorbereitet aber klappt dennoch immer noch ausreichend ich gucke jetzt gerade ob ich irgendwelche mechaniken vergessen habe ach so ja die retten stimmt da haben wir die intrigue des untergangs da bekommt ihr einen warlock techniker einen speziellen der kann in einer stadt entweder ein spezialgebäude bauen für mehr forschung und andere buffs kommen noch dazu ich weiß es aber leider gerade nicht mehr welche weil ich das ewig nicht gemacht habe auf jeden fall bekommt ihr da ein spezielles gebäude oder ihr könnt in einer gegnerischen stadt die allerdings an der mauer haben muss ein erdbeben verursachen und wenn ihr das tut das ist auch nicht so teuer dann sinkt die stadt eine stufe runter und dann die intrigue der pestilenz da bekommt ihr einen besonderen seuchenpriester der kann dann auch eine seuche auslösen die sich verbreitet da müsst ihr allerdings aufpassen dass sie das auch weit genug weg macht ansonsten versorgt durch nämlich selber aus mir leider dieser kampagne auch mal passiert ein kleines geben fehlgeschlagen das experiment ist sozusagen die 13 inträge dies auch sehr gut ist auch nicht so teuer und der klanstein des klamors der unterstützt sehr gut in den schlachten und zu guter letzt die intrige der dominanz er wird dann gegnerische nahrung generierte nahrung meine ich drei brunde mehr wachstum mehr kontrolle und rekrutieren kosten minus 25 prozent also wenn ihr da dann gerade mal eine neue armee aufstellen wollt macht ruhig gerne die inträge der dominanz finde ich allerdings ein bisschen zu teuer 3000 macht das wirklich nur wenn ihr auch flüssig seid und die speziellen seuchenpriester und die speziellen warlock techniker die erscheinen bei eurem legendären lord also bei eurem fraktionsführer also bei quick da erscheinen die dann wenn ihr den ritus macht gut ja ansonsten wünsche ich euch damit viel spaß mit kopfjäger ihr werdet immer wieder mehrere frontlinien haben wie gesagt mein rat dazu an euch konzentriert euch möglichst immer auf ein gegner auch wenn ihr dafür dann mal die ein oder andere siedlung dann verliert das ist dann leider so ja das ist eben halt dann der preis versucht wirklich nach möglichkeit ein gegner nach dem anderen auszuschalten das ist am sinnvollsten gut ja dann bedanke ich mich bei euch fürs zuschauen hinterlas doch gerne ein like und ein abo und dann sehen wir uns wieder im nächsten video oder im live stream